Einen wunderschönen guten Tag zusammen und willkommen zurück bei einer weiteren Folge 7 Days to Die, mitten in der Dunkelheit. Ich habe die Settings immer noch nicht angepasst, das ist natürlich ein bisschen suboptimal, aber, ähm, ja, gut. Soundkulisse, eine Uhrzeit wäre mir hier immer noch sehr lieb, aber, was soll's. Ihr seht schon oben rechts, wir befinden uns jetzt in der Alpha B, äh, Alpha B, genau, Alpha 13 1, das heißt, wir haben gleich einen Hotfix hinterher geschoben, was natürlich wunderbest ist. Wie repariere ich, ach, hier repariere ich, alles klar, gut, gut. Ja, macht ja auch irgendwo Sinn. Dass ich Fleisch in der Tasche habe, macht jetzt wiederum nicht so viel Sinn. Ja, ne, Soundkulisse, wenn ich mich nicht irre. Gut, sei's drum. Ähm, die Nacht ist angebrochen, ich will hier irgendwie nur noch lebend raus. In der Zeit können wir uns mal, uh, nice. Das ist also, aha, das ist das Skill-System. Okay, 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 okay. Ist jetzt dann alles aufgeteilt? Das ist cool. Do more damage with bow and crossbow, gain skill by using items from the group, bla bla bla, bla bla bla. Im Großen und Ganzen für uns jetzt zu diesem Zeitpunkt noch fast uninteressant, aber für später natürlich, äh. Okay, hier gibt's einen ganzen Schwung, den ich nicht anklicken kann, warum auch immer. Ach, wahrscheinlich, weil geskillt werden kann, ich es aber noch nicht so gelernt habe. Bei Construction Tool hab ich ja noch nicht, Clothing Skill auch nicht. Ha, den will er aber anwählen. Naja, egal. Puh, puh, ne komplett neue Statistik. Gefällt mir. Okay. Wir haben hier hinten irgendwo angefangen. Save Waypoint. Ach, wie geil ist das denn? Das seh ich ja jetzt erst. Und wenn ich die Leiste so seh, können wir wahrscheinlich mehrere speichern. Das ist cool. Das gefällt mir wirklich. Send on sleeping bag. Remove quick waypoint. Ich versuch mal was. Dann werden wir das Ganze mal testen. Ha, ist das genial. Kann ich die auch wieder löschen. Gefällt mir. Cooles System. Finde ich richtig klasse. Eine der Sachen, die ja von sehr, sehr vielen gewünscht worden sind. Okay. Hmm. Gut. Im Endeffekt erwarten wir jetzt das Ende der Nacht, weil ich seh rein gar nix. Ist nicht mal so, dass ich jetzt hier irgendwie... Ja, ja, ist ja hier gut. Ist ja nicht mal so, dass ich jetzt sage, okay, ich seh ein bisschen was. Aber ohne Fackel, ich seh absolut gar nix. Ja, so seh ich schon ein bisschen was. Aber ich glaub, die hat auch schon wieder eine Brenndauer, ne? Hatte sie zumindest mal. So, äh, Thema Hotfix, der heute rauskam. Ich hab nur einmal kurz rüber geguckt, ob da irgendwas bei ist, was in den Kommentaren erwähnt wurde. Ist mir so auf den nächsten Blick jetzt nichts aufgefallen. Witzig fand ich einen Hotfix, dass, äh, Supply Crates, die jetzt geöffnet werden, nicht mehr in 1000 Meter Entfernung gehört werden. Also die schienen wohl ziemlich extrem laut zu sein. Ähm, dass der Wasserflusscode wohl deaktiviert wurde erst mal, um ein bisschen mehr Performance zu kriegen. Ist natürlich sehr wünschenswert. Ich hab jetzt an den Grafik-Settings hier soweit auch noch nix gedreht. Da muss ich mal gucken, wie ich das Ganze dann mache. Weil gestern die ganze Zeit Videos gerendert und da ist sowieso blödsinnig, an den Grafik-Settings was zu machen, weil, ne? Also ja auch egal. Ich bin ja nicht irgendwie mit technischen Sachen zu langweilen. Irgendwie so. Ich will eigentlich raus. Ich will schnetzeln. Ich will aber nicht bei Nacht raus. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht ganz so. Die Geräusche sind wirklich sehr beunruhigend. Kann man so mal in den Raum schmeißen. Das ist wirklich, ich weiß nicht, ähm... Also Hut ab, es sind ein paar nette Töne dazu gekommen. Ich hab in den Kommentaren auch gelesen, es soll ziemlich nervig sein, als Frau zu spielen, weil da wohl pures Gestöhne wie, ähm... Naja. Zweiklassiker Porno der Funpims, ähm... Kann man auch mal machen. Aber wer weiß. Wie lang geht denn die Nacht hier? Was ist denn los? Ich hab die Nacht aber extra kurz eingestellt, oder? Kommt der Ton jetzt jedes Mal, wenn ich die Fackeln anmach? Nö, schade. Schade, ich dachte, ich hab was gefunden, um mich musikalisch, beziehungsweise tonmäßig zu unterhalten. Klappt nicht. Egal. Hat sich da nicht gerade was bewegt? Die bessere Frage ist ja jetzt auch noch, wie weit hört man diese... Ja, ja. Ähm... Fackelgeräusche. Sind die von draußen hörbar? Ich hab absolut keine Ahnung. Ich werd's irgendwann früher oder später sicherlich herausfinden. So viel steht fest. Aber jetzt möchte ich ehrlich gesagt erstmal nur die Nacht rumkriegen. Schade, dass wir hier keine Uhrzeit mehr haben. Das vermisse ich ehrlich gesagt ein bisschen. Oder ist die irgendwo, ich... Ich... Doch hier. Ha! Okay. Das verstreicht ziemlich langsam. Hm. Elevation... Sogar... Sogar... Wow. Windgeschwindigkeit, äh... Höhe über Normal-Null. Außentemperatur. Ich find's aber gut, dass sie das hier ausgelagert haben. Desto weniger ist auf den Overlay zu sehen. Wobei die Uhrzeit, glaub ich, hier unten... Nicht ganz so viel ausgemacht hätte. Aber nun gut. Lieber so, als wenn man sich dann hinterher beschweren kann, dass wieder alles verdeckt ist. Einfach mal auf das Zirkan doch mal. Drop. Wenn ich schon dabei bin, kann ich ein bisschen aufräumen. Hm. Hm. Okay, das wird ja noch einen Moment dauern. Ich mach mal kurz einen kleinen Break und wir sind gleich wieder da. So, da sind wir wieder. Pünktlich zum Morgengrauen. Wir können gleich wieder voll durchstarten. Was auch gut so ist. Was macht denn eigentlich? Das könnte ich jetzt eben mal gucken. Ähm. 1,4 Game Stunden. Gut. Das ist jetzt noch nicht so tragisch. Okay, wir werden uns jetzt hier erstmal definitiv vorbereiten. Und mit vorbereiten meine ich... Was zum Teufel sind das für Geräusche? Nein, ich würd's gar nicht wissen. Ich würd's nicht wissen. Ach du heilige Scheiße. Wo? Nee. Kollege, ich bin... I'm overheating. Warum? Wegen einem Hemd und einer Mütze? Unglaublich. Da ist ein Hirsch. Ähm. Okay. Hä? Bin ich jetzt blöd? Ich höre Geräusche. Ich bin mir aber nicht sicher, wo sie... Ach, das ist er. Alles klar. Ach ja, ich brauch hier zwei. Alles klar. Ja, ich war blöd. Keine Kommentare. So, wir... Ach, die werden auch alle wach. Schön. Haben ja sonst nichts zu tun. Vor allem ist unser Inventar voll. Ganz klasse. Drop. Okay, ich... Ich musste eben mal gucken. Ich wurde in den Kommentaren drauf hingewiesen, dass es wohl mal einen Bug gegeben haben soll. Zumindest bei Hirnsturz Zockt sollte das im Stream angezeigt worden sein. Äh... Gehen wir nicht auf den Keks. Das, wenn man auf die kleinen Steine einhackt, dass da teilweise auch Pfeile kommen. Und das musste ich natürlich jetzt erstmal prüfen. Uncool. Er klingt trotzdem ein bisschen pornös. So, wenn wir denn gleich hier die Gegend von Zombies befreit haben, äh... Geht die Vorbereitung weiter. Bäm, der war gut. Der ist aber noch nicht tot. Jetzt ist er tot. Und hat nicht mal anstandshalber was dabei. Wo sind die Zombies von damals, die Gastgeschenke hatten? Und... So, mannigen. Knapp daneben. Äh... Auch noch nicht tot. Okay. Sag schon cool aus, dein Rumgewackel. Der bringt ja wenigstens anstandshalber Fehler mit. Das ist ja zumindest schon mal ein Anfang. Auf der einen Seite könnte ich jetzt natürlich sagen, ich find's cool wegen dem Level-System, dass hier sich die Erfolge... Okay. Dass sich die Erfolge jetzt so schnell hier einpendeln. Ähm... Wenn ich mir aber so die Reihe an Skills angeguckt habe, könnte das natürlich auch irgendwann nervig werden mit den ganzen Geräuschen. Aber okay. Noch stürzt mich nicht. Noch fühle ich mich richtig gut dabei. So, diese Erfolg-Erlebnisse. Die brauchen wir alle mal. Gerade in so einer neuen Umgebung, wo wir ja bekannt dafür sind, dass wir eigentlich nichts richtig hinkriegen. Ähm... Lagst du nicht gerade noch da unten? Naja, gut. Und wir können uns nicht darüber beklagen, dass wir zu wenig Holz bekommen. Das ist so... Wow. Alter Verwalter. Ich bin ja schon... Fast angetan davon, gar kein Holz mehr zu sammeln. Also jetzt, just in diesem Moment. Und hier, dass das ganze Eisen ist. Würde ich eigentlich ganz gerne mitnehmen. Tropfen wir mal das Buch. Brauchen wir just in diesem Moment sowieso nicht. Wäre, glaube ich, auch sowieso für später nur wegen den Seiten interessant für Dynamit und Eisen-Gedöns. Ups. So. Das ist noch nix. Oh, dann machen wir mal einen kleinen Vorrat, ne? Ja, gefällt mir. Da ist meine Axt. Da ist meine Axt. Ah, ich verstehe. Ich habe jetzt den Namen leider nicht mehr im Kopf, wer den Kommentar geschrieben hat. Kann es zufällig sein, als Minias auf den Small Stone eingehakt hat, dass er dabei Pfeile produziert hat? Weil dann siehst du bei mir jetzt unten rechts ja auch da die Pfeile, die dazu kommen. Das kann natürlich einen, äh, wäre mal interessant. Vielleicht weißt du das noch. Aber zu dem Zeitpunkt, da Pfeile gecraftet hat. Das wird das nämlich erklären. Gut. Irgendwo hatten wir hier noch einen Zombie gehabt. 28 Federn, also. Pfeile-technisch komme ich hier verdammt gut weg. Irgendwo war er. Wo bist du? Wo bist du? Hm, nicht mehr da. Gut. Soll mich nicht stören. Dann können wir in der Zwischenzeit zusehen, dass wir das Ganze hier irgendwo ein bisschen zombiesicher kriegen. Zumindest für Nacht. Oh. Was ist das hier eigentlich? Soll das sein? Chips? Das ist auf jeden Fall eine Plastikflasche. Das ist so. Ich tippe auf Chips. So, hier war ich beim letzten Mal schon. Das ist alles schön. Irgendwie doch noch nicht so ganz, was ich will. Also, wir werden mal gucken, was wir hier drin noch finden. Und eventuell ziehen wir sogar schon gleich weiter. Mitzeit-Technisch. Ja. Doch, könnte man machen. Ich glaube, wir fühlen uns bereit. Für ein neues Zuhause. Also, jedenfalls haben wir genügend Pfeile dabei, um erstmal mit den Gröbsten fertig zu werden. In der Hoffnung, dass es nicht so sehr auf uns einprasselt. Ach, komm, jetzt geht die Axt wahrscheinlich schon. Ich muss zwischendrin immer Pause machen. Okay, bist du jetzt eine Plastikflasche oder eine Cola-Dose? Überleg's dir. Weil ich durch das ganze Gehämmer hier immer das Gefühl habe, irgendwas kommt hier näher, was hier nicht hingehört. Was haben wir hier? Ein Cowboy-Hut. Hm. Ah. Guck mal hier. Und guck mal hier. Ist das nicht schön? Nein, so gefällt mir das. Die kommen mal weg. Und. Schade, dass ich den nicht direkt hier raus scrappen kann. Ich muss sowieso mal aufräumen. Das hilft alles nichts. Ich kann mich nur nicht trennen. Okay, was soll's. Müssen wir auch jetzt nicht machen. Wir wollen erstmal eine Runde weiterziehen. Ich hab die Schnauze voll von Plastikflaschen und Chips in der Bude. Oh, was war das? Da, guck mal. Keine Ahnung, wo er hin will, aber... Reisende soll man nicht aufhalten. Deswegen lassen wir ihn einfach mal eine Runde watscheln. Oh, Schreck. So, ein netter Kommentar war noch mit dabei, zumindest tippstechnisch, dass in der Wüste das Sammeln von Aloe-Pflanzen eigentlich schon Pflicht ist. Eine Pflicht, von der ich mich bisher noch nicht so ganz gebunden gefühlt habe. Aber ich glaube, das kommt früher, äh, ja, eher, eher früher als später. So. Oh, wir sind bei 4040 runter. Dann könnte ich schon mal anfangen, hier an dem Chili zu nuckeln. Das finde ich ein bisschen blöd, dass man immer nach... Ja, hier, guck. Dass man immer ins Inventar switchen muss. Biene? Oh, shit. Oh, shit. Wenn hier eine Biene rumkräuselt, dann ist hier aber die nächste Stadt nicht so weit weg. Wobei der See mir hier echt gefällt. Also, okay. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt so gefällt. Ich kann sagen, es gefällt mir ganz und gar nicht. Not really. So. Dass ich hier am laufenden Meter Vogelnester finde. Gut, das gefällt mir. Das gefällt mir wirklich gut. Und da ist eine Stadt. Die gefällt mir nicht. Okay, wir nehmen die andere Richtung. Ha, wie nice. Level 2 und 5 Skillpunkte zu vergeben. Das werde ich auch bei nächster Gelegenheit tun, sobald ich von der Stadt fern bin. Weil ich will nicht mehr Aufmerksamkeit erregen, als ich... Tja. Jetzt schon irgendwie erregt habe. Ha, wie erregend. Ist da wieder... Legs me. Legs me, Amors. Hey, der Suppenhuhn. Komm mal her. Komm mal her. Also, eigentlich wäre die Stadt ja für uns so weit von Vorteil, dass wir sagen, okay, wir gehen da rein und looten, was das Zeug hält. Andererseits muss ich sagen, ich habe nur den Polizisten gesehen und habe schon keinen Bedarf mehr. Weil wegen Polizist. Ist ganz schön laut auf die Distanz, oder? Habe ich da gerade ein Oh yeah gehört? Oh yeah. Gut, ja, ähm, warum sollen auch die Zombies keine Party feiern? Oh yeah. Ich vermisse da irgendwie so aus so typischen Arcade-Games das, das Oh yeah der 80er Jahre, so dieses, dieses richtig epische. Äh, hallo? Uh. Was dann sorge ich denn jetzt mal dafür? Pass auf, die Trophys, auch wenn ich es später vielleicht bereuen werde. Ah, Krankenschwester. Ich wollte gerade sagen, gibt es für die jetzt auch ein neues Modell, sodass ich mich ungewöhnen muss, welche ich denn blöd anmache, die jetzt... Trotzdem, ja, wenn die wieder aufsteht, dann weiß ich... Hallo? Gehört das so? Hi. Uh. Uh, Mann, bin ich fett. Fett und leuchtend. Also wenn ich es schaffe, dass... Was zum... Ist... Äh. Hä? Ja, ja, gut. Genug über meine Figur geredet, wir ziehen weiter. Ich fühle mich ja sonst noch genötigt. Wo wäre denn mal das Ende von diesem... Oh, Zeltplatz. Ah, ich veranstalte jetzt mal einen Cliffhanger, wenn ich das so sehe. Eh, verbrannte Biom. Okay. Ja, Cliffhanger. Wir sind nämlich schon mit der Folge soweit durch. Nächste Folge gehen wir mal zum Zeltplatz und gucken mal, was da denn so abgeht. Ich hab keine Ahnung. Ne? Also. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin. Gehabt euch wohl und auf Wiedergesehen.